Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Slender. Hier sind wir wieder, ja? Und ich weiß, viele haben sich eine Facecam gewünscht. Allerdings mache ich das ganz bewusst jetzt mal ohne. Erstens würden euch bei meinem Einblick die Augen ausfallen und ich will nicht von euch verklagt werden. Und zweitens, ja, zweitens, finde ich, konzentriert man sich so viel mehr auf das Bild an sich. Und ja, man erschreckt sich auch gleich mehr mit, wenn man nicht immer auf das Gesicht von dem Typen guckt, der da gerade vor sich hinlabert. Und damit herzlich willkommen hier im Kinderheim, in unserem Altbekannten. Wir müssen hier Gegenstände suchen, wenn sie aufheben, aufpassen, dass der Slenderman uns nicht bekommt. Damit beginnt es. Das war eine Glühbirne da eben. Unser Herz, das pocht. War das der Slendermans. Da haben wir noch einen Gegenstand. Und ich verspreche euch schon, das hier, das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht schön. Können wir das Telefon... Ah, das Telefon können wir aufheben. Da waren wir schon. Was gibt's hier? Hier gibt's gar nichts. Dann gehen wir mal hier lang. Und schauen uns noch ein paar Gegenständen um. Hier. Können wir das nicht auch aufnehmen? Nein, okay, das Telefon, die können wir nicht aufnehmen. Waren wir hier schon? Oh, mir fährt's gerade eiskalt über den Rücken. Mit Leertest. Aha, eine große Bratpfanne. Mit der können wir dem Slenderman eine überziehen. Oh mein Gott. Diese Musik. Das ist so... Schlimm. Ohne die wär's eigentlich... ...ganz gechillt, ja. Vielleicht mach ich noch so ein Special. Und dann mach ich so tolle Musik dahinter. Hier ist wieder was. Lol, warum kam hier eben nichts im Bild, dass wir noch was gefunden haben? Oh Gott. Oh mein Gott. Diese Musik. Krass, können wir das aufnehmen? 5 von 12. Oh mein Gott, das ist... ...viel. Das ist unglaublich viel. Scheiße. Scheiße. Ich glaub, der kommt gleich. Mein Gott. Okay. Diese Musik. Ich hasse sie. Können wir nichts aufnehmen? Wahrscheinlich geh ich grad total im Kreis. Aber egal. Ja, egal. Oh. Ältes Waschbecken. Hier waren wir schon. Hier. Ein alter... Oh mein Gott. 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 Nein. Scheiße, da steht er. Da steht er. Können wir hier hoch? Können wir hier hoch? Schnell weg von diesem Drecksviech. Ach du Scheiße. Hier waren wir noch gar nicht. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Steht er etwa da unten? Scheiße. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Nein, der steht da gar nicht. Ich dachte schon, der steht da. Oh Gott. Das ist echt nicht zu fassen, ey. Dieses Spiel. Das ist... Unglaublich. Hier waren wir doch auch schon. Waren wir da schon? Scheiße. Ich hab die Orientierung verloren. Hier waren wir noch nicht. Ne. Doch. Hier waren wir schon. Hier liegt unser Glowstick. Stickies. Ja. Oh man, ey. Das ist echt so schlimm hier. Aber er ist weg. Der Slenderman ist weg. Nein. Scheiße. Oh fuck. Boah. Mir läuft es gerade eiskalt über den Rücken. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay. Das war's mal wieder mit Slender hier. Von mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.